ja weil es da ist er ist in dieser Riese und er hat sich nicht mehr für Schender schlägt Schafe ich hab da hinten diese Riese Schender ich will das tun so das gibt Schicken weg Nuggets echt? ich hab grad tun getötet so wie kommen wir jetzt hier runter? keine Ahnung und welche Treppen? hey der Shop ist geil, komm mal her das neune hey wie soll ich jetzt Kürbis auf? mein Kürbis wow bei mir ist nicht mehr mein Gesicht kann ich den absetzen? gut die Sicht ist scheiße der Baum sieht täuschend echt aus der Baum mit nem Kürbis da ist nichts drin kann man sich nicht hier die Materialien abbauen? nja aber Jason wieder entdeckt alle Fehler im System ja hier hier könnte ich sogar einfach auch kann ich gar nicht hier kann ich sogar einfach null gelockt mit LWC so langweilig ABC ist ein mega Shop das sind die Shoprunde warte mal weg da ich war noch nie so fürs Shoppen dafür gibt man immer für zu viel mehr Geld aus ich guck grad durch die Tür ich hab die Treppe gefunden und seh nichts ja genau ich hab die hundersen oben an der Deckel spawned ich hab die Dingens gefunden, die Treppe juhu ich hab die Treppe gefunden? ich hab sie gekillt oh Treppe gibt keine Treppen anscheinend doch außer Treppen sind Lügen der Kuchen ist ne Lügen der Kuchen ist ne Lügen oh armer Kuchen so gehts von da raus irgendwie ist hier kein Shop besetzt hier oben guck so wir sind schon längst wieder draus äh abgehauen so das nächste Portal ist das hier oder was? äh äh wo ist Waterworld? weißt du nicht das war doch hier nö gut das ist falsch gelaufen du hast Glas aufm Kopf ich bin bei öffentliche Portale und oder? habt ihr was grade übersehen vergessen? geh ich halt mal in private und in private nein das war ich hier ich hab's eben gefunden habt ihr's gefunden? hier ist es doch oh oh warte auf mich Hilfe! ich glaub Jason ist komplett verschollen ja ich bin jetzt da so das Portal gefunden bei mir lags noch grad n bisschen ich steh grad mal ich steh grad n bisschen wo müssen wir hin? hier da hier da da hinten hm ich bin so lang ich setz mir in Minecraft warte kann ich nicht hinstellen verdammt mein Minecraft ich hab an Minecraft verloren erstmal hier voll die Gummizelle ich kenn das ja noch gar nicht hier ich weiß ich auch nicht welche ich muss erstmal gucken welches ist jetzt Waterworld wird nicht irgendwann die Luft da runter knappen da jetzt bin ich da ich würde nicht irgendwann die Luft da runter knappen wo du runter? unter seinem Kopf ach quatsch ja ich brauch ein Stück Glas Gummizelle und jetzt volle Überraschung muss die beiden schon längst gesehen haben oooooh oh mein Gott voll überraschend oh es ist doch nicht gelassen ganz wir haben es ja gar nicht gesehen wir haben es ja gar nicht gesehen da ist ein Squid ich will zum Squid ich will zum Squid wow Armada ein Squid irgendwie fehlt hier so ein bisschen Haie hier ist ein Squid guck guck da der mag mich der kriegt mich nie scheiße der Squid schubst mich durch die Klass Mann so ein A wow jetzt ist da hinten alles gelöscht worden bei mir nö gar nichts mehr jetzt brotst du langsam wieder auf jetzt ist du da weil das ist schon was schönes ne jo jetzt kommst du nach oben musst du nach trinken oh man jetzt ist es fertig geladen wow wo ist das nächste geht es noch weiter oder war das jetzt alles ja die Stadt die Stadt ja die Stadt wieso habe ich einen Glaskopf weiß ich nicht das hast du schon die ganze Zeit deswegen habe ich dich hier gefreut ob es nicht irgendwann ermählich engler drunter wird das ist mir gar nicht aufgeführt dann gehen wir wieder durch das Tor oder wie aber müssen wir ne denk ich mal ne was ist nochmal Brot für eine ID weiß ich nicht äh warte Jason kennt die ja guck grad nach ich hab ja tu mir die Alte 333 333 oh mein Gott die Hälfte von 666 oha bei mir kommt aber nichts entweder lag der Server oder das geht grad nicht ich bin grad in einem Portal was ich portaliert 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 und jetzt bin ich wieder da wo ich herkomme ja ich bin auch in einem Portal was ich portaliert äh wie bin ich äh ja ne äh ja die äh ja die äh die äh die äh ja liegt aber ich ja 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 liegt an unser Kopf wow ich kann mich nicht bohren wow re-spawling wieso re-spawne ich keine Ahnung geht immer noch nicht wahrscheinlich weil ich bin wahrscheinlich durch das Portal gegangen und das erzählt er jetzt erst nein ich bin in der wow ja ich kann mich nicht porten ich bin grad in nevern aber ich falle gerade ich will da wieder rein oh ich hab mich geportet ey hier steht bei mir noch alle vorm Portal nein ich war grad in neverwelt ja ich hab grad so drinnen hergeportet aber es lag zusammen wow wo bin ich Hilfe ich falle ich falle ne war aber schon ich bin grad am 2. Marius Born ja wollen wir nicht mehr die Hauptstadt gehen ja können wir machen dann wird es auf dem Motto war ja zu lange und ich mache ich falle ja ich bin da ich falle noch ich falle noch ich falle immer noch Hilfe da wird treffen ja jetzt Hauptstadt ich bin wieder da okay so ich kann wieder gehen wow ich war doch schon hier so ja in der Falle und er wird zurückgeschobt die Wand ist noch nicht die Welt ist noch nicht geladen ich kann nicht weitergehen ich kann nicht weitergehen wow wo bin ich ich falle ab vor auch mal das können wir nicht wo es geht keinem geht er folgt den Kriegslieb da muss ich noch unser heiliger Kriegsdispenser ja Prozent wo 90 die wo seid ihr ach da wir laufen gerade den großen Eingang ja ich sehe wo unsere zwei Soldaten nicht geladen ist bei mir hier zwei Soldaten zwei nette Kollegen du bist du von Helmut stimmt doch gar nicht das ist eine Lüge ein Keks wow das ist ein Keks ja ich hab auch Keks ich hab Keks geglaubt hey pass doch jetzt ey pass mal auf Worte ich muss erst mein Deutsch üben Worte Prozent 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 und das ist um das Serverletten können jetzt geht erhöht jetzt ist immer noch dunkel Prozent entweder schlecht ein oder 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 das erste Mal gleich noch wollen ja ich bin gleich noch wenn es funktioniert aber nicht sehen was ihr gemeint habt ich gucke erst mal ein der Bahnhof das geht war auch schon nicht vor Prozent oder ein Mann war noch in wenn ich meine Strecke die da ist ja die dreimal hin zurück hin fass du ein Kilometer mit MeinCard gefahren war ja habe ich abgeschlossen weil ich das gemacht wir können jetzt vollkohlen die Kirche reinlaufen okay Nein das und ich da bin ich noch nicht als Priester oder was ist hier Bewegungsmelder oder was ja für Diebe meine Küche kann nicht fertiggestellt werden jetzt mit eins und acht das und scheiße wieso wenn ich zu groß ist oh ja ich dachte mir zu Ende mal als Arbeiter beschäftigen das war ein Arm war auch wahrscheinlich weil er zu groß war das Ding Hilfe ich bin nicht als Priester warte ich muss mich hochstellen ich komme nicht durch die ich mache ich dir mache ich jetzt eine geile Ansprache blabla blabla so und Jason steht daneben ja ich stehe auch hier ich bin muss auch mit in die Kanzel mit dir die Kornzel klar bis Papst oder was da leck meinen Arsch bäh erst mitten dir gewischt hast war ich mach Parcours über Treppen ja ich auch ihr macht die ganzen Treppen kaputt und dreckig ich Parcours ja sag ja nicht zu Parcours ich hab gesagt ich kann das nicht ja aber dann so wow das war einfach voll knapp da war dann immer noch nie gerechnet weil du sagst du kannst Parcours nicht auch bestehst gleich beim ersten Versuch unser unser Lava wo Jason 10 Versuche gebraucht hat das war voll scheiße irgendwie hab ich das nie gekriegt ich hab das nie gekriegt aus dieser blöde Fabrik die ist rechts das andere rechts auf war geradeaus ja wir gehen rechts weg ja ja KX weg dann geht weg Wiese Wiese sind die Laternen aus Glas äh weil die wir nachzumlos wurden was er gerade eben als fail nicht ging ey Jason Claude KX und Jason gehst du weg bei KX ich glaube die KX mit Westerkrieg geht geht jetzt auch links das oder Parkplatz über die Kinder hin er ist ein ganzes von den Häusern er hat extra keine Autos in die Stadt damit die nicht abgefackelt werden war aber ein Weg aus Wolle ja Joa zum Griefen hier Feuerwehr wenn's mal brennt sollte nicht grüfen alles gut wenn's mal brennt wir haben wir Autos womit würdest du losfahren ich fahr mit einem gleich zurück das die Purzilei das die Leit ihr habt das Motorrad geklaut und geschrottet wow wie das jetzt die Fabrik ich bin einfach mal gefolgt nein das ist die Polizei da 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 hier rechts hier rechts wo die ganzen Zombies sind hier die netten Kohlenen da stand das Motorrad erinnert mich irgendwie an GTA das hab ich geklaut als ich noch User war und ja und hab's dann im Endeffekt geschrottet aha wow jetzt ist es Tag und aus Glowstone das ist aber kein aufgefallen jetzt ist es wieder nicht mehr nein gibst noch Brick nein tu das nicht doch den Innofeld trotzdem gehen wir da jetzt hin das geht doch ja ich lauf neben dem her die sind cool ja lift up die sind gestorben ich mein ich komm nicht hoch ja hier habt ihr Radler müssen wir da hoch? ja ich soll runter hi oh was ich beim Video da was ihr da gemacht habt ähm um den Radler rein den Radler rein setzen oder einfach hier reinwerfen ok ich bin gerade hochgegangen wo kommen wir denn hier hoch? ich hab keine Ahnung du stehst ganz groß und breit lift up achso du musst da raufklicken falls du es noch nicht mit dir bringt hast dann springt der runter ich bin auch schon ruhig sprung komm die du nein tu das nicht nein steck fest hey Hilfe bau ab ich hab ein schneller ich hab Blätter im Mund ich hab nen Kegl ja das hüftet ich hab Federn wow ok warum kommt dabei jetzt Clay raus? weil das ein Plug-in ist ja Mund fetzt ab bau das ab Hilfe bau das ab danke wir sind draußen das ist ja mal lustig das ist ja mal lustig ja hier ihr könnt ja noch Holz abbauen ne Holz 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 so viel ab das ist jetzt erstmal hi juhu das bitte Manu sonst bin ich ja irgendwie so an viel ins Gewinn wow ok was ist da los da ist Holz cheaten nicht becken das kann man gar nicht komm Jason ich schub's dich hoch warte mal ich stell dir was hin eh boi schreib du den mal ich bleib bei den beiden Kollegen hey danke für die Wolle bitte die beiden in Erinnerung die nehme ich zum Schlafen wach das macht die Tür die Freak langsam aus weil die mal hin und weg geht cool ich kann die so ich kann die so platz ist die für immer offen bleibt sehr doof pass auf geht mir alle weg was soll ich so pass auf pass auf warte dort bäh ja genau genau du w fotos w